Damit Content gut wird, sollten sie sich Zeit nehmen. Qualität geht vor Quantität. So erreichen sie die richtigen Personen, beantworten ihre Fragen und verbessern ihr Ranking in den Suchmaschinen. Content erstellen sie vor allem für ihre Leserinnen und Leser, nicht nur für die Suchmaschinen. Keywords sind wichtig, aber ein gut lesbarer Text mit klarem Aufbau und wichtigen Infos gefällt dem Publikum. Wenn sie verlässliche Infos bieten, besuchen die Leser ihre Seite auch gerne wieder. Einiges sollten sie sich klar machen. Wer sind meine Zielgruppen, für wen will ich schreiben? Was sind meine Leistungen, worin bin ich Experte? Über welche Themen kann und will ich schreiben? Was sind meine Keywords? Wie oft und wie wollen sie Inhalte auf ihrer Website veröffentlichen? Haben sie zum Beispiel einen Blog? Und wer kann gut und gerne Texte in ihrem Unternehmen schreiben? Ein Contentplan braucht Ressourcenplanung. Überlegen sie sich welche Schlagworte es in ihrer Branche gibt und lernen sie ihre Keywords kennen. Recherchieren sie auch Variationen ihrer Keywords und überlegen sie, wie man ihre Leistungen umgangssprachlich bezeichnet. Oft suchen Menschen auch ganze Phrasen, zum Beispiel, was kostet Leistung XY? Bauen sie auch diese in ihre Texte ein. Wenn sie schon eine Website haben, werfen sie einen Blick auf ihren Inhalt. Schreiben sie über alle Leistungen, für die sie gefunden werden wollen. Haben sie Überschriften, die neugierig machen? Haben sie ihre Inhalte intern verlinkt? Und holen sie ihre Leser mit einem Call to Action ab. Wer nicht über seine Leistungen schreibt, der wird auch nicht dafür gefunden. Nutzen sie die Inhalte, die sie schon haben und polieren sie sie auf. Fokussieren sie auf ihre Zielgruppen und ihre Keywords und überlegen sie, wo sie die Leser abholen können. Aber Achtung! Inhalte, für die sie schon gut ranken, sollten sie nur ergänzen und nicht ganz ersetzen. Überlegen sie, was in ihrer Branche die Themen sind. Zu diesen können sie sich positionieren und zeigen, was sie davon wissen. Gehen sie auf die Fragen ein, die ihre Kunden und Zielgruppen beschäftigen. Wollen ihre Kunden zum Beispiel öfters wissen, was eine Leistung kostet? Schreiben sie darüber. Veröffentlichen sie zum Beispiel einen Testbericht oder Produktvergleich und teilen sie ihre persönlichen Erfahrungen. Sie können zum Beispiel Serien zu einem Thema machen, Interviews veröffentlichen und über Themen schreiben, die ihre Mitbewerber noch nicht behandeln. Seien sie kreativ und probieren sie unterschiedliche Formate und Textlängen aus. Verteilen sie diese Themen auf ihre Ressourcen und schreiben sie los! Veröffentlichungen in diesemlibet. ein Untertitelung des ZDF, 2020